okay guten morgen heute ist der 3 oktober es gibt einen super tollen tag wir stehen momentan noch in brenzlau fahren aber jetzt weiter auf einen kleinen schönen campingplatz direkt an einem see nach brüssow dort wollen wir das kajak aufbauen und eine runde auf dem wasser drehen wir melden uns dann bis gleich jetzt sind wir in brüssow auf dem campingplatz gelandet der ist zwar offiziell schon geschlossen man hat uns freundlicherweise aber reingelassen und jetzt eine runde mit dem kajak so kajak ist zusammengebaut wir sind auf dem kleinen see am campingplatz vielleicht ist es für dieses jahr die letzte chance noch eine runde zu paddeln es ist sehr windig heute nach einer dreiviertel stunde breten wir unsere kajaktour ab und machen mittagspause die kirche von brüssow sollte man sich nicht entgehen lassen sie ist auf jeden fall sehenswert wir starten zu unserer abend paddeltour zum sonnenuntergang sind wir wieder auf dem brüssow see eine tolle abendstimmung auf dem see so klingt unser tag der deutschen einheit aus bis morgen